Musik 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 Äh, achso, 3, 2, 1 Oh, oh Ein herzerfrischendes Mal und herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Nephi und Lou Hallo Hallo Was geht Torrid im Arsch Sehr gut Hat er lange gehalten Ich war nicht da Ach, was hab ich denn gedrückt Oh, wir sind im Gängchen Im Gängchen? Im Gängchen Die kommen jetzt oben rechts durch Genji kommt über den Zaun geklettert Äh, wo ist er hin? Über die Wand geklettert Er ist tot, er ist in Goros Turm gerannt, glaub ich Ja So Ist da noch was im Gange Los jetzt hier, oder was ist da los? Ja Ne, einer schießt da rein Ja, weil da noch ein Tödchen von mir sitzt Ach, Mei, geh mir doch nicht immer in den Schuss, ey Das wird wehtun WM WM Woll auf WM 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 Woll auf WM 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 Bisschen Laden Friendly Fire hat gerade angefangen Ja, weil die Leute die Folge hier sehen ist ja schon lange vorbei Was ist denn Friendly Fire? Charity Stream Achso Oh nein, die Sariahs glaub ich Man kann ja mal reinschalten, ne? Shit Nein, 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 lass mich in Ruhe Shit, shit Was, äh, äh, ähm, hier, McCree und Hanzo kommen aus dem Kämmerchen Mein Ultimate braucht noch einen Moment Ich hätt den, ich hätt den McCree fast gehabt Wenn der Hanzo nicht auch noch da gewesen wäre Mein Turret ist weg Hanzo von oben rechts Fuck, oh Gott Okay, Mei, do what you can McCree hat mich gekillt Okay, Mei Tu nicht was du kannst Okay, wir sind verloren Wir sind verloren Nein 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 Oh Gott, was ist hier los? McCree, hab ich Oh, Reinhard, wieso ist Reinhard denn hier? Ich weiß nicht Mach ihn Lu Er hat nichts gemacht Ich kann keinen Reinhard Solo machen, das wird nichts Ich muss zu nah an ihn dran Klar, geht da Geht da Wenn der Reinhard ein Trottel ist, ja Das ist ja einfach kein Trottel Nein Zeit zu wechseln Boah, Reinhard hat richtig viel damage gekriegt durch meine Gun Der hat aber auch Richtig beschissen geschossen, hat ja in Boah Links, 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 links McCree Hab ich Oh Oh shit Genji Down Ich bin aber auch Down Und Goro auch Ich auch Aber ich hab noch auf ihn drauf geschossen Mein Turret ist er ja noch, also von daher Oh shit Wie er mit einem Schlitzer uns beide gemacht hat, ey Er ist durchgesprungen, ne? Mhm Lea Einmal geschlürzt Schlitz, Schlitz Hat jemand eine Hexe gerufen? Hat jemand eine Hexe gerufen? Einfach immer rein als Schild daumen ballern Rechts Shit Nein, nein Oh, jetzt sind sie durch Sag sowas nicht Fuck Ich hab meine Ulti noch nicht Cookie Lauf doch nicht weg Och, Cookie läuft weg, dass ich nicht hindaschen kann Und was ist das ein Trottel Cookie hat wenig Oh Gott Wer hat das denn jetzt gemacht? Cookie Zaya Und Zamban Also Cookies Ulti Also die Mei Ulti hat alle gefroren und dann Okay Team Team Was macht die Sombra da hinten eigentlich? Die sollte sich mal darum kümmern, dass Die ist ständig Ja, die ist tot Na gut Ja, die stirbt dann immer Ist hier unten wenigstens gehackt Ja, hab ich gerade auch geguckt Ja, ist gut Gut, gut Links kommt Genji wieder Genji Ich hab meine Ulti Oh Sombra, you can do it Sie hat ihn gehackt Von rechts kommt ein McQueen Ich mach ihn doch Oh mein Gott, geht doch Boah, ich hab Sombra geboostet Das war richtig abcashen, Alter Die hat da nur reingehalten mit ihrer UC Oh Ich hab richtig die Assists Ich hab richtig die Assists kassiert gerade So ding 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 Ich hab auch nochmal schnell geheilt Die haben wir gut geteamkilled wieder mal Oh Mei, das ist nicht dein Ernst Oh Sombra McQueen ist hier links Was warst du da vorne? Ich bin gerade ziemlich offensiv Oh Granate ins Gesicht gekriegt Mit Offensive Mercy Oh nein Bin tot Ah ne McQueen scheiße Heilige Mutter Hinter mir ist n Hanzo Ich bin tot Mach die Saya doch aus Hau sie doch Saya Geht doch Hinter dir ist Hanzo Lu Was? Hanzo, im Gang hinter dir Okay Ja eh, ich musste gerade vor seinem Drachen fliehen Deswegen war ich jetzt etwas Hanzo ist da Ja der kam genau hinter dir Als du da herunter geschwungen bist Hanzo ist eh da Oh Gott McQueen geht wieder rechts lang Ne, doch nicht Genji Boah Ich bin tot Sterb jetzt mal nicht Oh, McCree kommt aus dem Von rechts Der kommt da immer Geh nicht dahin Der kann dich doch stun Ne, ich geh nicht so nah ran Aber Wie gesagt Der ist nicht so gut Ne, McCree ist echt nicht so gut Der hat mich schon dreimal killen können Oh nein Oh Mei Oh Mei komm Friere ihn ein Ich helf dir Na ihr macht es schon Sehr gut Ähm Kannst du mal Lu, komm mal hier hoch bitte Ja, geht Danke Wir müssten hier gerade einen Reinhard töten Ja der Reinhard war echt ungewicht Kommt wieder was Vielleicht geht's denn jetzt er lang Dann sind wir da im Gang links Der Hanzo Der Gartepack geholt Ja wir müssen immer am Rudel gehen Das ist eigentlich ganz geil Oh Mei Oh Mei Das ist so unnötig Was war das denn für ein Ult Ja Reinhard wenn du alleine kommst Ist das kein Problem Hier im Gang ist gerade die Sombra alleine mit drei Leuten Und ich versuche sie zu heilen Aber ich schaff's glaube ich nicht Wie überlebt sie das? Oh mein Gott Ich hab die Assists wieder richtig hart kassiert Das ist McQueen im Mittelgang Ja eine gute Sombra Oh McQueen ist hier im Gang McQueen nach rechts Er ist fast tot Er hat nichts mehr Oh nein Hanso hat mich gemacht Shit Bin ich der Letzte hier oder? Ne ne Sind auch alle da Ich bin der einzige der tot ist Ja wir sind nur Verstreut gerade Ich hab meine Ulti noch nicht einmal gemacht Ah hier kommt nur Tracer Aus dem Räumchen Reinhard Schild hat auch nicht mehr so viel Geh sie rein Die ist hinter dir Okay Shit Zaya Oh nein Oh fuck Der hat mich voll die Füße geworfen Die Zaya Achso ne Oh nein Zaya wird sterben Oh shit Hinter uns kommt wieder ein McQueen Oder so Ja Das irgendwie war ganz low McQueen ist rechts im Gang McQueen ist rechts im Gang Tracer kommt von vorne links Wir werden bestimmt wieder ulten Ne die hat meine Ulti Die hat ihre Ulti gerade bei mir gemacht Wo ist er denn hier Ich hab den Handel Ich hab den Handel geklingelt Scheiße Oh ich hab nichts gehört Oh er kommt McQueen hat mich McQueen hat mich Ist Nephi jetzt weg oder was Oh shit Oh shit Wie hat denn der McQueen Der war doch tot Äh Haben die nicht ne Mercy? Ne Bin so verwirrt Dann war er nicht tot Ja ich dachte er wäre tot gewesen Es war ein bisschen verwirrend gerade Oh shit Unsere Drache Wir haben gewonnen Nice Wir haben gewonnen Ohne dich Ohne dich Wir hatten ne gute Samfra Gut Äh Ich muss das Match verlassen Achso Du bist ja Wir müssen das Match verlassen Ja Ich hab aber nichts gehört Bist du sicher das geklingelt hat? Ja Na gut dann bis zum nächsten Mal Machen wir heute nur kurze Folge Tschüss